Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von One Minute Minecraft Ich nehme natürlich eine Schaufel, nee Da ist ja auch noch Craft, nee Was kann ich sagen, was passiert zu Craften, so in einem Projekt hier? Aber man hat nur eine Minute Zeit, ja? Das ist nicht so einfach tatsächlich Wie sich das ansieht, wenn man schaut Nur weil... Da war nur eine Minute Zeit Da schaffen wir kaum was So, das Produkt darf man sagen So Jetzt machen wir den nächsten Mal hier drauf So, tuff tuff tuff, da haben wir keine Holz mehr, scheiße Na, toll Dann muss ich nächste Woche Holzfarm, sorry Na ja, wir sagen was, gewesen wir uns auf Folge 1 mit Minecraft. Zeige euch vor allem, lasst eine Post-Siegelung da. Ach, wurde nicht vergessen. Und tschüss.